Hallo liebe KSC-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hautnah. Heute zu Besuch bei der KSC-Dart-Abteilung und da könnt ihr genauso wie wir einfach mal so vorbeischneiden, wenn ihr das möchtet. Die trainieren mittwochs immer ab 19 Uhr im Wiener Würzhaus in Mühlburg und da könnt ihr auch gerne mal vorbeischnuppern. Damit ihr aber vorab schon mal wisst, wie es hier aussieht, wer hier spielt und vor allem wie ihr gute Spieler werdet, haben wir diese Folge für euch vorbereitet.